Der Formel-1-Film Falko, der Kommissar. Der kommt morgen zu uns. Warum ist sein Auto kaputt? Papi, ich arbeite jetzt bei Formel-1. Da bist du verrückt, Christina. Ist doch viel zu gefährlich, Menschenskind. Sag mal, hast du irgendwas gegen mich? Oder warum hast du meine Kassette kaputt gemacht? Ich? Deine Kassette? Meine Kassette. Kannst du dir vorstellen, was Musik für mich bedeutet? Hast du überhaupt eine Ahnung, was es heißt, hast du mal hinter irgendwelchen Typen hinterher zu rennen und zu fragen, kannst du dir mal meine Demo anhören? Nein, du kannst dir wahrscheinlich gar nichts vorstellen. Du Hippie! Kannst du dir mal anhören? Santino. Klar. Hier, deine Brille. Oh, hast du nie gefunden. Schluck auf, nehm trockenen Toast, halt die Nase zu. Altes Hausmittel. Guck, du hast gar nichts drauf in der Kassette. Ah, vielleicht auf der anderen Seite. Hä, wo ist denn die hin? Das darf doch nicht wahr sein. Die Toaster verbrannt. Das hätte ich mir natürlich denken können. Und Ingolf kurzsichtig. Ah, Stevie. Sag mal, Stevie, kannst du mir mal helfen, meine Brille zu suchen? Ich habe die schon wieder verlegt. Schon wieder? Ja, klar. Ah, Nena, du bist gleich dran. Geh schon mal rein, ja? Das gibt's doch nicht, wenn ich dich erwische. Das ist wirklich klar. Das ist die Nummer. Das ist die Nummer. Das ist die Nummer. Das ist die Nummer. Das ist das Nummer. Lieber Pickel-Wäckrich. Könnten wir jetzt die Millionärschaften. Jungs, ich hab's. Wir gehen ins Fitness Center. Fitness Center? Fitness Center, Idiot. Und für die Dame? Knäckerbrot ohne alles. Tina, du musst sofort nach Riem. Falco kommt heute. Taxi ist hier vor der Tür. Okay? Hier sind die Infos. Vielleicht machst du dich vorher mal ein bisschen frisch. Hier. Sie funktioniert, kannst du einsteigern. Der Formel 1 Film mit Sissi Kelly, Frank Meyer Brockmann, den Toten Hosen und die Malen, Falco, The Flirt, Katrina and the Waves, Meatloaf, Reflex, Piers Adora und der Formel 1 Film. Ab 5. Juli im Kino. Und ab jetzt gibt's den Original Soundtrack zum Film mit den aktuellen Hits aller Beteiligten sowie mit Power Station, Purple Schulz und und und. Die Hits aus dem Formel 1 Film auf Platte und Musikkassette.